So, Marc, schau mal, das muss alles noch zusammengebaut werden. Das ist alles für dich hier. Und das ist nur ein kleiner Teil vom Brutraum. Alles, das ganze Zeug wird hier zusammengebaut. Das müssen wir drauf und fertigen, weil das ist viel zu groß. Das ist erstmal alles hier hingeliefert worden. Und das fahren wir jetzt weiter. Das sind die ganzen Tropfkörper. Und das ist das ganze Brutraum-Equipment. Da steht hier alles voll. Ja, das ist scheiße. Ja, wir verpacken gerade alles. Alles kommt hier in so Kisten rein. Da sind die Glas-Aquarien drin. Die Decke müssen oben aufgeschraubt werden. Siehst du das? So, hier drunter sind die Aquarien. Da kannst du aufmachen. Da sind die Aquarien drin. Ihr müsst schön vorsichtig sein mit den Kisten. Da sind die Aquarien drin. Da sind die Kirchen drin. Das ist sehr straight, dazuber. Ja, das die Jенсi 2 hat mir das differentiate. Jah, die machen. Oh. Schau, stop! Schau, stop! Schau! Schau! Schau, stop! Dein Gesichter draus sehen. Schau, stop! 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 Schau... Schau, stop! Das ist eine sehr gute Gegend. Ja. 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 Manufacturer. Ja. Ja. Na. collapsingiße. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020